Wir stehen ja noch ganz am Anfang der Ermittlungen zum Ortsangang, zur Schule, Skola, Marzal, Propeller. Junger Mann, Startung mit Spielbank, Roboterladen, cool. Vertrauen lauschen als im Kalt. Nichts, was wir scannen könnten? Ein Windspiel. Der Roboterladen. Nomo arigato. Wir haben sie alle. Geil. Ich bin Special Agent Vera Englund. Oh, hier zu lösen die Mörder, nicht wahr? Ja. Was? Pop spielte ein bisschen Öl, als er meine Züge verbringte? Ich sagte, dass ich mein Schuss clean habe, in der ich meine Züge verbringte. Ich schreie laut, Nyssa. Ich lasse die Polizei-Lady-Lady-Lady-Lady-Lady-Lady-Lady-Lady-Lady-Lady-Lady-Lady-Lady-Lady. Oh, großartig. Oh nein, sie ist mit uns. Okay, du hast mich gefreut. Der Mann mit dem blauen Hatt ist nur ein Puppet, den ich kümmernlich mit einem Setzen von Stringen kontrolliere. Das ist eine goschdarnige Lade. Ich bin vollständig stehmpowered. Wissen Sie, ich könnte es hier für den Bau illegaler KI verhaften, aber hier ist definitiv kein Detail ganz im Spiel. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. automatons there's no real cpu so nothing around here i'm not here to report elisa technology i'm just interested in the killings all right then shoot i mean ask away erst mal der mord an carl oskerson oh yeah spare parts like what all sorts filters tubes nuts and bolts various electrical gizmos any idea of what the parts were for couldn't say but i'm pretty sure whatever it was it had fluid in it maybe a water filtering system a pump something like that all those parts laying around but do i ever get a working left arm pops no you'd rather let some carpenter assemble an aquarium i could replace mr limpy with a water gun if you prefer man soon you'll even let the kids paint a clown face on me again with a water gun for an arm at least you could spray yourself clean afterwards so i take it you have no idea who killed carl none whatsoever wrong place wrong time maybe he didn't seem like the type of guy to make enemies anyhow das muss nichts bedeuten so you happen to know where saffron is grown in nordsend no clue ask rolf maybe rolf is that the gardener head honcho he's usually out and about somewhere in town okay i'll go look for him later is good to know what do you know about the murder of the museum maya strand i don't know anything about the attack but i worked with her from time to time some of my handiwork can be seen in her exhibition ah they got some robots in there yeah i assembled them from parts i found in the junkyard or the bot cemetery is i like to call it sometimes i feel more like an archaeologist than a mechanic and i got it brah so do you have any idea who killed maya oh i got a theory no nissa it wasn't the big war robot in the main exhibition why not that thing is huge it could easily rip people to pieces or buildings for that matter i know because i built it nissa it's totally harmless i don't buy it pops it's got red eyes that's a telltale sign of a bot turned evil what i wanted to say was that might be a little odd but i have no reason to believe anyone would want to kill her pops calling others odd now that's a joke that requires no punchline walter try to focus on the subject matter please gabriel he's an asshole that's what nissa thinks that guy is robophobic don't ask do you know anything about a woman who is seeing carl oskerson nope i hardly even knew the guy what's your point about nissa the police officer ok seems like a reasonable man to me but then again i tend not to be involved in you know crime yeah right harsh boy what's your opinion on stina ruth the councilwoman a politician me and those kinds of people run in quite different circles to say the least yeah that's kind of a question the person what do you think of doctor pearson quirky guy but he means well sometimes he asks me to come over and help with the kids oh yeah help how usually by playing doctor and patient with nissa it helps calm down the little ones yeah that's clever what can you tell me about yourself me oh and what you see is what you get a crazy old bar with chronic coffee bread oh quiet you little rascal what i am is a tinker a craftsman a father of machines und wispen diese maschinen auch i adore putting them on display and i especially love talking to them i've noticed so how long have you been building robots oh ever since i was a boy i grew up over at the junkyard the place was cramped with old discarded robots i didn't have many friends you see hmm hmm kann ich mir vorstellen hmm gut da gibt's nichts neues ehm erstmal fixieren und dann das blutverschmitte foto Kleiner Schlüssel. Schrotthalde. Giesharz. Ich will nicht sch... Nein, ich weiß... Was haben die Leute für den Krab benutzt? Mal auf eine Zeit, das war das populärste Kuchenmodell. Dieser Mann könnte sich für alle führungsrelativen Aufgaben beziehen. Außer das Handeln von Schellfisch, natürlich. Auch Roboter haben moralische Standards. Ich frage mich, wie die Roboter programmiert sind. Ob die nach den Asimorphschen Gesetzen funktionieren? Ich frage mich. Wie eine schreckliche Maschine. Er ist nicht sehr schrecklich. Schmerzen können sich nicht schrecklich sein. Er ist nichts, aber schrecklich gegen die Schmerzen, Schmerzen und alle ihre Hälfte. Nüsse. Spitzer Roboter. Spitzer Roboter. Rawr. Oh! Ein Roboter von vielen Talenten. Paperweight? Table lamp? Pestel? Oder vielleicht ein faszinierender Baton? Der einzige Limit ist deine Imagination. Roboter Trosse. Ich frage mich, das ist das mit dem Kopf vorne. Was ist mit dem Kopf? Was meinst du? Denkst du, dass es zu groß ist? Der Roboter Kopf auf dem Tisch, das ist. Oh! Ja! Es kommt immer raus. Ich versuche es irgendwann. Was macht das mit dem Kopf? Hast du auch Bänder da? Das ist nur mein Teapot. Nicht alles mit Lichtern ist ein Roboter, du weißt. Geh! Einige Leute! Ist der große Typ auf dem Kopf dein Mascott oder was? Du meinst Ofer? Nein. Er ist mehr von einem... ...Koncierge. Er ist so sophistisch. Naja. Dann gehen wir hier erstmal zum Einkaufsviertel zurück. Ein Eingang. Ein Eingang. Ein Eingang. Ich habe keinen Grund, da zu hoch gehen. Ja, dann lass es erstmal. Ich muss auch in 5 Minuten ungefähr Schluss machen erstmal mit der Aufnahme. Weil ich zu meinen Eltern gehe. Kantine, Norden, zur Schule, zum Ortseingang, Südwesten. Kann ich in den Südwesten gehen? Alter, das ist ja eine Stadt in den Wolken. Das ist auch krass. Werkstatt hat eine Plattform, Rand, Barstuhl, Wrack. Ähm. Museum, Treppe nach oben, Garten. Hey, schnell. Oh, sicher. Das Bereich ist... Okay. Dann gehe ich hier mal nach oben. Okay. Maja's Platz. Mal sehen, ob ich hier irgendwelche Kluge finden kann. Oh, okay. Stuhl. Sieht wie ein hartes und unkomfortableres Stuhl. Ich würde nicht schlafen, auf dem Job zu schlafen. Einige alten Pre-Kollaps-Gadgete. Wahrscheinlich für das Museum. Das ist wie schlau-Maschinen. Sieht wie das Schlau-Maschinen. Sieht wie das Schlau-Maschinen. Nährstoffe. Nährstoffe. Ein Bettchen. Allein oder auch zu zweit. Ich bin nicht sicher, welchen Kluge sie sind. Vielleicht medizinisch? Sieht nicht wie Vegetable. Mhm. Berlin-Feld. Sieht nicht, dass es Kraft hat. Sieht nicht so gut. Ich weiß nicht, wie die Hände oder Hände davon machen. Aha. Sternosentwurf-Maschine. Der Pfad des Pilgers. Roboterarm. Kann man das notieren? Kann man das notieren? Garde. Garde. Ähm. Tja. Ich habe keine Ahnung, was diese Sache macht. Aber es sieht, wie es etwas mit Prozessungsampeln zu tun hat. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche franzischen Probe von Maya finden. Fingerabdrücke. Felda. Schauen wir mal. Seht nicht. Oh nein. Macht auf jeden Fall Sinn. Vielen Dank.